Ich wünsche euch mal wieder einen angenehmen Start in den Tag, heute hier, 13 Uhr. Und damit, K.O. Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Ganz genau. So wie jedes Mal. Beim letzten Mal haben wir den Final Boss gemacht, wo ich mir schon dachte, das kann nicht der Final Boss sein. Dadurch sind wir in die Originis, Originis, wie auch immer, Wüste gelangt. Wir konnten schon das erste Level und ein paar Challenges machen. Eine, die hier hinten versteckt war, haben wir nicht ganz geschafft. Die war zeitlich sehr begrenzt. Sie hat auch drei Sterne und ist damit schwer. Und heute gehen wir auf die Suche nach der Oase und retten dabei fünf versteckte Waddle Dees und ein paar Zusatz-Achievements. Achievements, let's go. Ich hoffe, es ist wieder so viel Open World wie im letzten Part. Das war ja wirklich der Wahnsinn. Also, falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, irgendwie bei sechs Minuten oder so immer oben links kriegt ihr den letzten Part. Ganz genau. Wisst ihr, was ich letztens herausgefunden habe? Ihr könnt Videos auch teilen. Also, unten ist so ein Pfeil irgendwie. Und da könnt ihr Videos teilen. Da könnt ihr Videos an eure Freunde schicken. Da können sie sich das Ganze hier auch mal anschauen. Falls sie bei dem Game Hilfe brauchen oder falls sie einfach interessiert sind an Gaming. Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Genau. Ne, 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 ne. Einfach direkt down. Das hier ist alles seltsam. Warum ist das hier? Oh, Oase, wir haben Wasser. Oh, die Schlange ist mega schnell. Ist der Wahnsinn. Genau. Okay. So, ich sollte vielleicht ein bisschen mal mehr talken. Das da hinten ist pretty sus. Was? Ah, ich will das Geld. Geld, Geld ist wichtig. Ich nehme das noch mit. Ich mache hier komplett die Falt schon mal so. Ist der erste Waddle, die. Der gesellt sich hier ganz schön in der Oase. Zu den anderen Melonen. Melonen. Und einem schlafenden Dude. Ich weiß gar nicht, ob ich den als Gegner zählen darf oder nicht. So, die Nuss hier, die ist sus. Ist doch safe wieder eine Chief und mach alle Kokosnüsse auf. Nein. Okay. Ach, guck mal, wir können hier sogar richtig an diesem Handlauf hier ins Wasser. So. Oh, wie cool. Der respawnt einfach. Er ist der Auserwählte. Oh, ich wäre fast reingelaufen. Okay. Dann geht es. Blöden, Mann. Dann geht es auch schon weiter. Sprung. Sehr schön. Moin. Ey, ich will mich mit dir gar nicht anlegen. Nein, danke. Ich wünsche dir aber noch einen angenehmen Tag. Ich hoffe, wir haben noch nichts verpasst, ey. Ich sag's euch. Irgendein Achievement wird sein. Ja, besiege diesen komischen Frosch, der unbesiegbar ist. Ah, Kakteen. Ah, die sind so wie Pokis. Wie kann man nur jedes Mal da reinlaufen? Die sind so wie Pokis. Die werden kleiner. Das ist down. So, wir nehmen natürlich das Cash mit. Das ist wichtig. Was gibt es hier rechts? Auf, hier ist nichts. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Schaut euch auf jeden Fall die letzte Folge an, Mann. Also, das ist der... Die war episch. Die war episch. Die war episch. Wie oft will ich jetzt noch auf die letzte Folge verweisen? Ich weiß es nicht. Aha! Okay. Ich bin dumm. Ist okay. Boom. Einfach wieder ein bisschen spammen. Warum hier hinten so obvious eine Kiste umliegt? Ich weiß nicht. Oh mein Gott! Sägezahn. Neuer Boomerango. Okay, aber dafür müssen wir wahrscheinlich noch richtig viele solche Sterne sammeln. Und... Das sollten wir eindeutig tun. Ich mag diese Frösche immer noch nicht. Oh. Hier hoch. Was gibt es hier oben? Ja, toll. Äh. Random Waddle. Die nehme ich mit. Kein Thema. Der zweite. Sehr schön. Gibt auch wieder fünf. Der Bosskampf. Also halt. Ich besiege die Gegner und du kannst. Ich habe keine Ahnung. Halt wieder sowas. Ja, ja. Höhl. Keine Ahnung, wo ich bin. Aber da ist Wasser. Keiner die Sätze im Zock. Oh. Wieder so einer. Magische Rolle. Äh. Random. Aber cool. Jetzt den Sprung. Oh mein Gott. Das hätte so mies enden können. Hätte ich den Sprung nicht geschafft. Ich sag's euch. Gibt's Mais? Wir wissen alle, Mais wächst auf Kakteen. Also das hinterfrag ich erst gar nicht. Ähm. Why? Ich hab keine Ahnung. Nein, nein. Ich möchte den Rohrstopp verabschieden. Nicht erneut beginnen. Ich würde gerne alles verlassen hier und gemütlich weitermachen. Wo komm ich denn raus? Ich hab keine Ahnung, wo ich raus bin. Ich hab Angst, dass ich was verpasse. So, die Maulwürfe. Ich hasse sie immer noch. Hier gibt's irgendwas zum Aktivieren. Es windet extrem krass. Ich meinte, ich brauch so einen Bohrtypen. Den finde ich... Nein! Echt diese... Nein. Kann man nicht. Für eine Carrot. Der denkt vorausschauend. Der weiß, dass ich zu den Blumen... Oh, aber er respawnt. Okay, es hat mir nichts gebracht, diese Blumen zu aktivieren. Lauf! Was bringt er mir eigentlich, wenn ich dich einsauge? Nichts. Cool. Mir bringt's auch nichts. Aber unser einzig wahrer Mr. Meister... Dingsbums ist hier. Und wir werden sterben. Da hinten hab ich Wasser gesehen. Darf ich das Gefühl haben, dass wenn ich ihn abschieße, er stirbt? Was ist das überhaupt von viel? Besiege zwei giftige Quaxicums, heißen die. Das ist aber ein schöner Name. Quaxicum. Hätte... Hätte überhaupt... Hätte glatt von mir kommen können. Ich hab keine Ahnung, was die von mir wollen. Das auf Zeit. Wir müssen hier richtig fest sein. Ah, er sammelt das direkt ein. Okay. Wo ist mein Award? Wo ist er? Wo ist er? Mein Oskar. Wo? Der links oder der rechts? Der... Der... Der rechts. Dachte ich mir. Oh yes, wir haben's. Oh, ich muss ja jetzt zurück, bevor das Ding weg ist. Ah, okay, das wartet. Grabe gründlich im geheimen Raum. Heißt das wahrscheinlich, einfach alle Sachen freigraben. Was wir ja getan haben. Finde ich gut. Und dafür bekommen wir auch noch zusätzlich ein Award. Sehr schön. Das heißt aber, das war alles nur Bonus-Zeug. Und ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt weitermachen müssen. Vielleicht müssen wir diesen Quaxum... Ne, wir müssen da oben weiter. Aber wir müssen diesen Quaxalber da oben vielleicht wieder besiegen. Aber wir kommen hier safe nicht hoch. Als Kirby-Wesen-Fieh. Hier könnte sich etwas verbergen. Ein Schalter. Und der fährt das nach oben, damit wir den Quaxum-Quaxalber da wegmachen können. Ihr wisst schon. Ich kann mir den Namen eh nicht merken. So, da... Lass uns erstmal in den Vollstopf-Modus gehen. Als Waterblue... Du bist erstmal ein bisschen kaputt, würde ich sagen. Der Siegel Quaxikum, sag ich doch. Dafür gibt es einen Waddle-Dee. Wuhu! Sehr schön. Damit haben wir alle fünf Waddle-Dees. Nein, ein Achievement fehlt uns. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Nein. Hier sind noch schön die Täubchen. Einen wunderschönen guten Tag. Und... Die letzten drei Waddle-Dees und eine Tiefment fehlt uns. Oh! Ich wüsste aber... Oh, sorry. Ich wüsste aber nicht, was es jetzt für ein Verstecktes... Ich sag's euch, wir müssen uns safe da auf die Liege legen oder so. Was? Mann! Ja, komm, aber woher willst du denn wissen, dass das ein Achievement ist? Ist ja auch egal. Es ist nur für mich anstrengend. Ich schneide euch das ganz kurz. Bis... Lösch! Deswegen respawnt dieser Dude auch immer hier. Weil ihr sonst das Achievement nicht hinkriegen würdet. Nun gut, hätten wir das also auch geschafft. Aber darauf kommst du doch nicht beim ersten Mal spielen, dass du da einfach einschlafen sollst. Vielleicht ist das auch so ein Achievement, was du random entdecken sollst, weil du ihn halt vielleicht kurz kaperst oder so. Keine Ahnung. Aber sonst könnte ich mir nichts darunter vorstellen, wie jemand logisch darauf kommen soll, das so zu machen. Aber ist ja auch egal. Dadurch schaltet sich uns das nächste Level frei. Und zwar... Das Ambilen-Center! Ja, super! Da waren wir das letzte Mal schon mit Baba. Diesmal aber im Mitarbeiterbereich. Fünf Volities, drei Achievements. Let's go! Wett, irgendwann werde ich Profi-Sänger, ich sag's euch. Irgendwann rufen mich die ganzen großen YouTuber an und sagen, yo, kannst du mein Intro singen? Und ich dann immer, let's go! Weil... Da hinten ist eine ultra unauffällige Leiter. Da komm ich nicht hin. Hier rechts ist auch nichts mehr. Pretty sus. Lass uns einfach mal ins Ambilen-Centerok gehen. Oh mein Gott. Ein bisschen staubig hier. Die Mitarbeiter-Suite wird scheinbar nicht geputzt. Bomben hätten wir auch schon upgraden können. Ja komm, nehmen wir mal die Bomben. Hier ist schon wieder einer, der schläft. Wenn er respawnt, nehme ich mir sein Ding. Aber er respawnt nicht. Ganz kurz, hier gab's mehrere Wege. Hier ging's noch nach unten. Und hier gibt's auch noch... Stuff. Ach, hier geht's nicht nach unten. Das ist einfach nur so ein Zwischenbereich. Okay, sehr schön. Einmal hier so alles dark. Hallo? Hallo? Da sind Pfeiler auf dem Boden. Wow! Woher kommst du denn? Da sind wieder Ghost... Da sind wieder Ghosties. Ja, ich würd' sagen... Down. Okay. Ja, alles wieder freundlich beleuchtet. Wir kriegen wieder normale Gegner. Können wir jetzt nach rechts? Okay. Also hier ist irgendwas... Also hier ist irgendwas... Ist hier... Aber ich hab' keine Ahnung was. Wir können Eis werden! Ja gut, also halt, bedingt. Oh, wir müssen Eis essen. Ach, das find' ich gut. Ja! Okay! Jetzt ist aber die Cone weg. Und wir sind wieder im Dark-Bereich, wo die ganzen Geister kommen. Das ist ein cooles Gimmick, dass sich hier halt so die ganze Zeit zwischen hell und dunkel ändert. Okay, hier müssen wir mit was... Oh, die können sich tippen. Ja, aber der ist down. Zack. Bam! Wow! Leute, die hab' ich gar nicht gesehen. Okay, wir müssen hier gleich wieder mit was Rundem zurückkommen. Wahrscheinlich mit dem Pustergerät. Hier brauchen wir sogar Bomben. Also halt. Ja! Genau das Dark-Dick-Mirschon. Ja, wir werden sogar zurückgeleitet durch diese Dinger. Ähm, will ich da direkt weiter oder will ich mich erstmal im Allgemeinen umschauen? Ich will direkt weiter. Also halt hierhin. Ja! Warum auch immer wir Wände dadurch einreißen können. Ich hab' keine Ahnung, fragt mich nicht. Gibt's hier Eis? Hallo? Ich hätte jetzt schon... Wir haben mittlerweile Hoch... Also es ist Ostern heute, ja. Wir haben mittlerweile Hochsommer. Ja, für ein Eis wäre ich offen. Bum! 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 Ich geh jetzt erstmal nach links weiter. Ja, das nehm' ich doch mit. Einmal ein Sammel-Item. Gibt's hier hinten? Da ist gerade irgendein Gegner gespawnt. Wow! Was haben wir denn? Viereckiges... Oha! So ein... Nein, 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 nein. So ein Wandschrank war das doch nicht. Irgendwie sowas. Also wieder... Iiiiih! Oh mein Gott! Hier geht kraftvoll der... Padiot. Ich weiß nicht. Wenn wir hier ne Bombe auf das Glas legen... Nee. Der Schwert, Heini, respawnt, weil wir jetzt ein Schwert sein müssen. Um da hinten die Leitung zu kappen. Ich werd trotzdem ganz kurz gucken, was ist hier. Okay, hier ist wahrscheinlich Story-Abschnitt, wo es weiter geht. Stimmt, wir sehen ja mittlerweile aus wie Medanite. Ach, er fragt nicht. Da gehen wir gleich hin. Ich glaub, das ist wieder zum Hoch-Tipp hin. Hier schön die ganze Innenarchitektur. Ja, das... Ja, sowas, sowas kommt erwartet. Ein Sammel-Item und eine herumliegende Dose, mit der wir schießen können. Finde ich witzig. Weiß ich nicht. Kann ich nicht genau einordnen? Teleportation! Ja, ich weiß. Wir bekämpfen die gar nicht so. Wir reißen die Wand ein. Das gibt wieder ein Waddle-Di. Natürlich gibt es ein Waddle-Di. Wir müssen noch ein paar Eissorten essen. Ich hoffe, die kommen noch. Ich werd grad mal gucken, welche Achievements wir denn schon haben. Ja, die Eiscreme. Dasselbe... Stimmt, beim letzten Mal in Ambilenzender mussten wir Donuts essen. I remember. Hier war schon irgendwo ein Geist gespawnt. Hier. Genau. Das haben wir ja gerade eben schon gesehen. Zählt Popcorn auch als Eis? So gefrorenes Popcorn? Gibt es gefrorenes Popcorn? Ich glaube, ich sollte diese Frage nicht stellen. Ich weiß nicht. Ich komm ja auf, als würde ich mich mit solchen Fragen komplett dumm anstellen. So, like... Ich hab keine Ahnung von irgendwas. Das sieht secret aus. I don't know. Lass uns da mal reingehen. Es ist Bonkers. Der bonkt ganz schön. Wir können ihn halt einfach von weiter weg angreifen. Komm, komm, komm. Jetzt, 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 jetzt. Tuck. Jetzt macht er gleich seinen Drehangriff. Ja, ja. Bonkers, wir kennen dich. Jo, oh, da ist er auch schon down, der kleine Affe hier. Schön damageless haben wir ihn. Dann gibt's doch da hinten bestimmt noch ein Waddle Dee, wenn wir hier die Nägel reinhauen. Ich hoffe, wir kriegen noch bald ein Hammer... Hallo? Ich hoffe, wir kriegen noch bald ein Hammer-Upgrade, weil mit dem Hammer sind wir, glaube ich, auch erst Level 2 oder so. Also entweder ist da hinten jetzt nochmal ein Waddle Dee drin. Oder eine Schriftrolle für den Hammer. Oh mein Gott. Ich habe nicht vorher geguckt. Das war einfach jetzt so für deine Eingebung. Ja, wir haben in den letzten Folgen schon immer sehr viele Schriftrollen zum Weiterentwickeln unserer Fähigkeiten gefunden. Aber das, das ist jetzt direkt so... Ja, finde ich cool. Ich bin halt der Schlaue. Okay, diesmal haben wir wieder den Pustenmeister. Du kriegst hier Wack-A-Skeleton. Ohne den Skelett-Kopf ist dieses Ding echt weird. Gute Tag. Du kriegst da mal ein bisschen hier Bonken. Da ist eine Uhr. Die sagt, wir haben kurz nach. Bäm, 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 bäm. Den kleinen Mini-Affen-Bunker da machen wir noch weg. Hansi, das Stachelschwein. Okay, ich glaube, hier hinten gibt es das dann vielleicht... Nee, hier gibt es eine Cone. Wir haben hier drei Sorten Eiscreme. Wir haben wieder eine gefunden. Das ist schön. Es wird schön, dass wir noch mal ein bisschen mehr aus dem Sprung rausholen können, wenn wir springen. Und dann noch mal diesen Flug machen. Können wir... Das können wir nicht. Man kann nachher safe die Uhr. Ernsthaft? Wenn wir hinten auf diesen Hammer... Ist das die letzte Cone? Ja, oh mein Gott, hä? Ich habe das einfach... Predikte... Ich bin nicht gebrochen. Halt, halt, halt. Hier links. Hier links, warte. Einfach nur ein Sammel-Item, okay. Eine Kiste und da ist ein Waddle-Dee drin. Natürlich, das dachte ich mir. Das Game ist mies. Das Game ist mies. Aber genau das mag ich an dem Game. Also, wir können sogar von hier sehen, wo unsere Cone liegt. Das ist schön. Warum sage ich immer Cone? Mann, ich muss lernen, Deutsch zu reden. Es heißt Eiscremeschachtel. Heißt es, glaube ich, nicht. Hier müssen wir zum Beispiel gleich mit unserem Dreiecksmonster-Dings dahin. Der Sprung war des Todes unnötig. Es ist doch obvious, dass der nicht machbar ist. Man muss erst hier drauf und dann hier rüber und dann hier rein. Und dann B-Swammen. Bumm! Spiel! Fünf Fragen. Was? Und was? Wo soll ich denn jetzt mit dem ultimativen Wasser-Item hin? No way. Ich sterbe jetzt nicht an Fallschaden. Achte, meine Güte. Achte, meine Güte. Nee, geh doch weg hier. Jetzt hätte ich schon wieder Lust. What? Und mein Spot natürlich wieder ganz hinten. Ist doch klar. Hier rein? Ach, du meine Güte. Hier geht es aber essen. Das finde ich gut. Und eine Waddle Dee. Random, aber finde ich gut. Okay. Damit haben wir alle fünf Waddle Dees. Lass mal wieder nach oben tippen. Ähm, wir holen kurz die Cone und machen den Rest. Die Cone. Die Eiswaffel. Jetzt habe ich es. So. Laufen. Sprung. Doppelsprung. Haben wir nicht, gell? Wo müssen wir jetzt überall mit der Cone hin? Rechts? Nö. Ich weiß, was wir auf jeden Fall nicht mit der Cone dürfen. Runterfallen. Hier war doch was nicht. Nein. Eh. Aber hier hoch müssen wir mit der Cone. Damit die Wand öffnen. Uns fehlt wieder ein Achievement. Ernsthaft? Boah, ich hasse das. Er glaubt es nicht. Wir müssen hier nochmal mit dem Puste-Teil hin. Das ist kaputt gegangen. Okay, wir gucken, was das versteckte Achievement war. Und ich fange an zu heulen. Ja, den Boss mit Boomerang machen. Ach, komm, ohne. Haben wir nicht? Was hatten wir? Wir gucken, was das versteckte Achievement war. Hm. Seltsam. Einfach komplette Wand. Ähm. Das ist das Vermächtnis. Ist das schon der Boss? Ganz kurz. Ich will ganz kurz gucken, ob das schon der Boss ist. Hallo? Hallo? Klar, die hängen wir auch noch hinten dran. Weil ich bin ja jetzt schon über 10 Minuten im Verzug. Ne, das ist noch nicht der Boss. Das ist die Mondschein-Kluck. Ui. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Waddle-Dees geholt habe. Beziehungsweise den einen. So. Dann wäre das also auch geschafft. Perfekt. Und dann nehme ich auch schon wieder seit 36, fast 37 Minuten auf. Wow. Muss jetzt nochmal circa 12 Minuten, also bis sagen wir 42, 43 aufnehmen. Damit alles, was ich rausschneide, immer noch zu einer Standard 30 Minuten Folge wird. Das habe ich in den letzten Parts irgendwie ein bisschen vergessen. Das tut mir leid, dass es da vielleicht die ein oder andere kürzere Folge gab. 20 Minuten oder so. Sorry. So, alle Waddle-Dees gerettet. Das ist doch schon mal schön. Ja. Wir bekommen dadurch ein paar von den kleinen neuen Leveln. Und zwar hier. Der Drachenfeuerschatz. Habe ich mega Lust drauf. Jetzt habe ich den Namen nicht gelesen. Ups. Schmelzen und gleiten auf. Zur Kanone. Gleich. Wo? Ja. Ja. Okay. Hallo. Dankeschön. Das ist wichtig. Das muss weg. Hier ist Eis. Wieso? Wieso denn? Wir haben bis jetzt noch gut Zeit. Wir haben noch gut Zeit. Come on. Einfach hier dran vorbei. Fehler. Großer, schwerer Fehler. Schieß. Ja, come on. Was ist das denn? Mann. Ja, das kriegen wir zeitlich nicht hin. Komm. Das wird zeitlich eh nix. Wir müssen nochmal das komplette Feuermuster nochmal lang. Und ich dachte, das Spiel wird nicht so schwer. Ist das hier schon wieder gesperrt? Kristalligel haben wir noch nicht. Der Bohrerschatz. Graben und Erkunden. Irrgarten. Super. Irrgarten mit dem Item, was ich fast am wenigsten mag. Habe ich Lust drauf. Und das innerhalb von zwei Minuten. Ich würde am liebsten im Internet nachgucken, wie ich lang muss. Ach, da komme ich nicht durch. Ach, und jetzt öffnet sich da hinten natürlich. Das war absehbar. So, da ist ein Teil. Der trifft mich bestimmt nicht. Ja, sehr schön. Warum? Ey, wie ich dieses Game... Ich muss mir aneignen, dass ich danach ganz nochmal weiter kann. Ich will erst da rechts lang. Der sieht mich doch gar... Was, wo muss ich denn noch hin? Da links, da links. So. Hier unten durch. Funktioniert auch die Portstation. Die wäre vorher gar nicht gegangen. Es geht nicht weiter, oder? Nein. Okay, perfekt. Wir haben es dann auch mal geschafft. Wow. Cool. Passt du sowas total. Der Bohrer-Schatz. So, noch eins. Ja, hier haben wir noch eins. Was ist das hier? Ist das das mit dem Feuer? Der Entdecker-Schatz. Drehen und anvisieren der Turm der Ziele. Der Turm der Ziele. Doch, doch, schon richtig. Darauf habe ich auch schon wieder mega, mega Lust. Warum? Warum? Ich hasse meinen Stuhl. Ich hasse ihn. Der geht einfach von alleine runter. Kauft euch niemals einen Stuhl von MC Racing. Auch wenn ich den immer benutze. Tut es nicht. Ihr seid selber schuld, wenn ihr das tut. Natürlich, der schießt natürlich genau da, wo ich bin. Ich würde ganz gerne wissen, wo ihr noch so ein paar... Da ist noch eins. Vergesst es. Was ist das denn für ein Schmutz? Mann, darauf habe ich gar keinen Bock. Wirklich nicht. Das macht null Spaß. Und Challenges... Ja, Challenges sollen herausfordernd sein. Nach dem Feuer hatten wir schon. Challenges sollen herausfordernd sein. Aber sie sollen auch Spaß machen. Und nicht irgendwie nach 5000 Mal frustrieren. Lass uns jetzt drauf schauen. Vielleicht gibt es irgendwas Spannendes. Ja. Da gehen wir hin. Wir können weiterentwickeln. Und zwar nicht nur das Bomben-Ding. Den Boomerang. Sondern auch den Hammer. Genau. Den haben wir ja vorher geholt. Oh, und den Igel. Stimmt. Stimmt. Dann lass uns das mal kurz tun. Wir haben acht von den Dingern. Das reicht sowieso nicht, das alles abzugehen. Aber das Wichtigste. Ui, du hast wieder Blaupausen für mich. Das ist aber toll. Ja, habe ich. Sehr gesammelt. Boomerang werde ich auf jeden Fall updaten. Hammer auch. Ja, und was will ich? Ganz ehrlich, was will ich mit dem Igel? Kristalligel. Also wir machen Boomerang. Wie viel kostet denn das? Drei. Okay, dann können wir wirklich nur zwei wachen. Dann ist es nicht so schlimm. Dann ist alles okay. Wir können das Ganze eigentlich noch skippen. Wir haben einfach ein Sägeblatt über dem Kopf. Wie cool. Ach, Sägezahn, entschuldige. Was kommt da oben raus? Okay. Und den Hammer updaten wir noch. Wir sind einfach ein wilder Bonkers jetzt. Wie cool. Wir sind damit halt nicht mehr schneller. Ich habe das immer benutzt, wenn ich durch die Level gerusht bin. So, wenn man so meistens schneller war, als einfach zu laufen. Aber jetzt bremst es einen aus. Okay. Dann lass uns mal allgemein kurz durchs Dorf durchschauen. Sonst hat es was Spannendes gibt. Klar, wir können hier diese ganzen Codes eingeben. Aber nein, danke. Hier oben kann man sich Sachen kaufen. Aha. Tag, hallo. Und da hinten ist wieder die Battle Arena. Geschlossen hat. Okay. Ja, gut. Ich bin so blöd. Warte, aber das ist machbar. Ja, ja, doch. Ich kann hier hoch. Gibt es hier hinten? Sieht nämlich sehr spannend aus. Hallo? Talkst du nicht zu mir? Tö. Bist du jetzt umsonst hier hingegangen? Ja, wobei. Oh, hier gibt es was. Wir entdecken Secrets im Roldi-Dorf. Das ist aber schön. Dann hätte ich auch so hoch kommen. Das wusste ich. Und dass ich dieses Spiel einen Springknopf habe, weiß ich auch. Aber es hat meinen Springknopf nicht angenommen. Da hinten rechts. Oh, stimmt. Man kann ja angeln. True. Wollen wir auch nochmal machen. Oh, wir haben ein Geschenk bekommen. Ein Geschenk traf einen. Ohne 100 Sterne. Das stimmt. First Password. Das müssen wir noch einsammeln. Einfach 100 Star-Coins. Sternmünzen. Schon richtig. Star-Coins. Das. Ich bin entspannt. Dann hole ich mir einfach nur eine Ziege. Hier hinten im Dschungel geht es nicht wirklich weiter. Hier sieht es aus, als könnte man noch nach oben. Nein? Okay. Dann würde ich an der Stelle sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Teilt das Video vor allen Dingen mit euren Freunden, wenn ihr es spannend fandet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao, ciao, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020